Tiere Teil 1 Haustiere und Tiere auf dem Bauernhof Der Hund Der Hund Ein Hund Ein Hund Die Katze Eine Katze Der Hamster Ein Hamster Der Goldfisch Ein Goldfisch Das Pferd Ein Pferd Die Kuh Eine Kuh Das Schaf Das Schaf Ein Schaf Ein Schaf Ein Schaf Die Ziege Die Ziege Eine Ziege Eine Ziege Das Schwein Ein Schwein Der Hase Die Schildkröte Der Frosch Der Frosch Die Maus Eine Maus Der Hahn Ein Hahn Das Huhn Ein Huhn Das Küken Ein Küken Die Ente Eine Ente Die Gans Eine Gans Die Pute Eine Pute Eine Pute Der Pfau Der Pfau Ein Pfau Ein Pfau Ein Pfau Zusammenfassung Der Hund Ein Hund Die Hunde Die Katze Eine Katze Die Katzen Der Hamster Der Goldfisch Ein Goldfisch Die Goldfische Das Pferd Ein Pferd Die Pferde Die Kuh Eine Kuh Die Kühe Das Schaf Ein Schaf Die Schafe Die Ziege Eine Ziege Die Ziegen Das Schwein Ein Schwein Die Schweine Der Hase Ein Hase Die Hasen Die Schildkröte Eine Schildkröte Die Schildkröten Der Frosch Ein Frosch Die Frösche Die Maus Eine Maus Die Mäuse Der Hahn Ein Hahn Die Hähne Das Huhn Ein Huhn Die Hühner Das Küken Ein Küken Die Küken Die Ente Eine Ente Die Enten Die Gans Eine Gans Die Gänse Die Pute Eine Pute Die Puten Der Pfau Ein Pfau Die Pfau Die Pfau Was ist Ihr Lieblingstier? Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist Mein Lieblingstier ist Mein Lieblingstier ist Katze Mein Lieblingstier ist Schlange Mein Lieblingstier ist Hund Mein Lieblingstier ist Vogel Meine Lieblingstiere sind Katzen. Meine Lieblingstiere sind Hunde. Meine Lieblingstiere sind Vögel. Meine Lieblingstiere sind Vögel. Ich mag keine Tiere. Haben Sie Haustiere? Haben Sie ein Haustier? Hast du Haustiere? Ja, ich habe ein. Ja, ich habe eine. Ja, ich habe einen. Ja, ich habe ein Schwein. Ja, ich habe eine Katze. Ja, ich habe einen Hund. Nein, ich habe keine Haustiere. Nein, ich habe keine Haustiere. Welches Haustier haben Sie? Welches Haustier hast du? Wie heißt es? Es heißt Schatzi. Es heißt Pirulito. Wie alt ist es? Es ist drei Monate alt. Es ist vier Jahre alt. Wie ist es? Ich liebe sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Bis zum nächsten Mal.